Heute spielen wir Hello Neighbor Ah ne Leute, wir müssen ein neues Spiel kriegen mit Akt 1 Das ist die Vollversion übrigens Ja, ich möchte ein neues Spiel kriegen Ja, ich hab's mir nur ein bisschen angeguckt Aber wir spielen's ja mit euch zusammen Nicht, das ist alleine, bitte Akt 1 Alles kleinen Junge Und Ball Achso, und der will jetzt Fußball spielen, oder was? Und dem Nachbar gefällt es nicht, oder was? Ach ne, oder der wird auch schon da drauf Alles klar, der Ball rollt hin und jetzt ruft der Nachbar Alles klar, der Ball rollt hin und jetzt ruft der Nachbar Alles klar Alles klar Achso, da spät ja alle Kinder ein Achso, da spät ja alle Kinder ein Von Ultra auf Mittel stellen Aber das ist das einzige, ob die Nachtblöcke Ultra sein und alles andere Schatten muss Mittel sein Texturen müssen ebenfalls Mittel sein Pfff Alter, mal sehen, was der Nachbar so treibt Alter, warum lädt das jetzt immer noch? Ich hab doch nichts gemacht Der Nachbar, das war Freundschaftsmaß Sichtweite Effekt Ich weiß Vielleicht sehe ich, weil das Napeleuchtung so hoch ist Vielleicht muss ich auf Mittel sein Okay, was ist sonst denn nicht? Kantenglättung ist nicht wichtig Effekte sind nicht wichtig Hallo, Herr Nachbar Ich bin noch nie im Stromkasten Ich mach nichts Ich mach mich einmal auf Habe ich noch nicht Wundern Beide ich noch mal Ich habe mich. Ich habe mich. Wundern Ich mach mich. Ich habe mich. Also Manu, ich möchte jetzt spielen, aber ich glaube schon denke, es liegt an den Textur. Wovon Mittel sind, sonst macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Nacharbeitung, niedrig, Schatten. Ja, es ist perfekt. Was treibt denn so dein Nachbar? Ich habe das Gefühl, dass er gleich... Keine Ahnung, wie ich früher das aufgebrochen habe, aber... Okay, okay, ich muss euch... Für YouTube dann nicht mal machen. Ohohoho! Das wird mega großartig. Okay. Ich will jetzt schon mal machen. Ohohoho! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. dass er die im Eingang nicht bei mir versteckt ist. Ne, da haben wir seine Schüssel nicht gefunden. Ich kann dafür erst einmal reinlaufen und du musst ihn wieder nach oben. Er kommt. Ich glaube, wir finden seine Schlüssel noch nicht. Ich wollte nur bei ihnen Kaffeekränzchen machen. Und sie rennen mich gleich an, ey. Wir suchen nur die Schlüssel. Der war richtig alter Mann, ey. Der Nachbar macht gerade komische Gymnastikübungen. Das ist geil und das Spiel leckt. Das tut mir leid. Ich weiß, wie wir da nach oben kommen. Erstmal strakt, damit wir da herumschleichen können. Komm, wir gehen da rein. Strakt aufheben. Das tut mir leider leid, der Nachbar. Und geil, wo sind wir nach deinen Schlüsseln? Wir sind einfach mal lebensmüde. Komm, wir untersuchen weiter, wo er die versteckt haben könnte. Hat er da irgendwo ein Loch im Fenster, damit wir da runter spüren können? Ich glaube, wir werden jetzt gesehen. Ich glaube, wir werden jetzt gesehen. Wir sind ein Loch im Fenster, damit wir den Nachbar bringen wollen. Nein, nein. Na, nein? Leute, okay, das war es jetzt mit dem Video Hello Neighbor, bis zum nächsten Video. Warte, ich denke mal wieder dran, abzuspeichern natürlich. Akt 1, jetzt neu, ich möchte es dann anlegen. So, zack. Ich war auch sowieso dabei, 1, aber ich wollte nur, dass die Vordergeschichte da ist und ich habe schon, ich habe schon Daten gehabt und so, aber Leute, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Video und ciao und bis zur nächsten Folge, Hello Neighbor.